Kennst du diesen Ring? Kennst du diesen Ring? Oder weißt du, was dieser Ring macht? Dieser Ring ist dafür da, zu gucken und zu messen, wie du schläfst. Von der Qualität, von der Länge, wie es dir rundum geht und verschiedene Aktionen aufzuzeichnen. Und in den letzten drei Monaten habe ich einen Selbstversuch gemacht, den ich dir gerne präsentieren würde, was Schlafoptimierung anbetrifft. Das heißt, wenn für dich Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme oder grundsätzlich eine Verbesserung deines Schlafes ein Thema ist, dann schau dir auf jeden Fall folgendes Video an und die Videoreihe, die ich dazu machen werde. Weil es gibt so viele Dinge, die man machen kann und optimieren kann, was das Thema Schlaf betrifft. Das ist unglaublich. In dem Video, es ist ein Einstiegsvideo, werden wir ein bisschen über die Basics im Schlafen nochmal sprechen, um dann immer tiefer reinzugehen. Beim Schlafen ist es so, dass du einschläfst, du hast verschiedene Zyklen, die unterteilt sind in Non-REM und in REM-Phase. Non-REM und REM-Phase sind entscheidend, wobei REM für Rapid Eye Movement steht. Das ist unser Traum, unsere Verarbeitungsphase, die essentiell ist, um wirklich zu gucken, dass dein Gehirn auch die Dinge verarbeitet, die es über den Tag aufnimmt. Und dann gibt es die Non-REM-Phase. Ich mache das auch ein bisschen kürzer. Da kann man so unterscheiden, leicht, mittel, Tiefschlafphase. Und die Tiefschlafphase ist entscheidend für die Entgiftung, für die Regenerierung deines Körpers. Also wenn du wie Wolverine sozusagen heilen möchtest oder dann im Endeffekt einfach mehr Performance bringen möchtest, dann ist der Fokus auf REM und Tiefschlafphase sehr, sehr wichtig. Weil es gibt zwei Aspekte, die beim Schlafen sehr entscheidend sind. Das ist einmal die Schlaflänge, aber auch die Schlafqualität. Und die Schlafqualität kannst du so massiv beeinflussen. Und wenn du da dran arbeitest, ich habe das jetzt gemessen, dann ist das entscheidend. Und warum messe ich das? Weil nur wenn du es misst, wenn du weißt, was tut dir gut, was tut dir nicht gut, kannst du auch entscheiden, davon mehr oder weniger. Was sind meine fünf Basic-Tipps für dich? Der erste Tipp ist klar, Dunkelheit. Dunkelheit ist so entscheidend, weil nur dann wird Melatonin gebildet, ein körpereigenes Hormon, was für den Schlaf sehr, sehr wichtig ist. So, das heißt, Dunkelheit maximal für die Nacht. Vorher solltest du auch die Blaulichtquellen so massiv runterfahren, wie du kannst. Rotes und gelbes Licht ist gut. Das war Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei. Versuche ungefähr drei bis vier Stunden vor dem Schlafen nichts zu essen. Das ist Magic gewesen. Das Klima im Schlafzimmer sollte ungefähr bei 18 Grad sein, ohne Fernseher, ohne irgendwelche Ablenkungen, um eine wirklich konstante Schlaf-Atmosphäre zu schaffen, die ideal ist für den Körper, für die Regeneration. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, die meisten machen keine Vorbereitung des Schlafs. Du kennst es beim Sport, man sollte sich ja immer aufwärmen, damit die Muskulatur warm ist. Und so solltest du es beim Schlaf auch machen. Das heißt, mein Tipp Nummer vier für dich ist, bereite den Schlaf vor. Versuche eine Entspannung vor dem Schlafen hinzubekommen. Meditation, ein Buch lesen, zum Beispiel ein warmes, angenehmes Bad, Infrarotlicht, Infrarotkabine. Irgendetwas, wo du sagst, da kannst du schon mal entspannen und deine Gedanken im Endeffekt sortieren. Das nochmal als vierter Punkt. Der fünfte und letzte Basic-Punkt für dich ist, immer klare Uhrzeiten hast, wann du zu Bett gehst und wann du aufstehst. Weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn du immer die gleiche Uhrzeit ins Bett gehst und schlafen gehst, dann hast du das Ideale, weil dein Körper sich daran gewöhnt und du sozusagen in den Flow kommst. Das sind meine fünf Basic-Tipps. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir auf jeden Fall nochmal einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal. Es wird jetzt auf Grundlage der Basics nochmal sehr stark in die Tiefe gegangen. Was kannst du noch tun, um mehr Tiefschlaf zu bekommen, um bessere REM-Phase zu bekommen? Was kannst du da zum Beispiel pharmazeutisches machen? Was kannst du aber auch außerhalb dieses pharmazeutischen noch machen? Und da habe ich so viele Sachen getestet. Was ist meine wirklich richtig gute Erfahrung? Was da eine Beeinflussung betrifft? Und wo sage ich, das macht nicht so viel Sinn? Weil da gibt es nämlich auch Dinge, die eigentlich kaum Einfluss hatten, wo ich gedacht habe, da ist ein höherer Impact. So, ja, schau auf die Videoreihe, was ganz wichtig mir noch ist zum Schluss. Wenn du auch so einen Versuch machst, schreib mir die Erfahrungen von dir rein oder Fragen, wenn du Fragen hast zu Dingen, die du schon angewendet hast. Weil dann kann ich nochmal in den Videos auch nochmal intensiver drauf eingehen. Also, wenn du Fragen zum Thema Schlafen hast, wie du das optimieren kannst, dann bitte, bitte Frage. Das wird auf jeden Fall dann in den Videos kommen. Jetzt bleibt mir nichts zu sagen, als dir einen wunderschönen Tag zu wünschen. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Frank.